Und halli hallo, willkommen zurück zu The Viance mit mir, den Florian. Dritte Aufnahme, immer noch gleicher Tag, aber es macht unglaublich viel Spaß, mit unserer geilen Schnecke hier durchzugehen. Und ja, wir haben hier auf jeden Fall auch einen schotty Typ. Ich möchte wissen, warum E-Raps hier sind. Suchen wir den zuständigen Mann. Ich wiederhole, die New Freedom ist abgestürzt. Es gab schwere Verluste. Hört mich jemand? Captain Grant, Sir, die Terraforming-Interferenz ist... Weiter versuchen, Corporal. Du sprichst so lange in das Ding, bis deine Stimme versagt. Verstanden? Sir! Ich kenne dich. Du bist einer von von Bachs Archenjägern. Aber wer bist du? Und was machst du in meiner Operationsbasis? Moment. Sagtest du von Bach? Wie in von Bach Industries? Der Kerl, den sie Händler des Todes nennen? Was läuft hier eigentlich? Das hat dich nicht zu interessieren, Fräulein. Sir, wir haben mindestens 200 bestätigte Tote und fast doppelt so viel Verwundete. Ohne Chance auf Evakuierung haben wir kaum genug medizinisches Personal oder Vorräte, Sir. Die Aufklärung hat ein verfallenes Krankenhaus gefunden. Schickt einen eurer Männer, damit er es nach Vorräten durchsucht. Ja, Sir. Das Rettungsteam wird vom Bergzug aus beschossen. Wenn Sie nicht in den nächsten 35 Minuten den Strato besteigen können... Sir, die Überlebenden auf den Decks 4 bis 7 werden wahrscheinlich lebendig verbrennen. Das wird nicht geschehen, Sergeant. Ziehen Sie alle zurück. Sagen Sie den Männern im Strato aber, dass wir sie herausholen werden. Ja, Sir. Hey, Eisenhower! Die Scharfschützen gehörten einmal zu MDE. Jetzt sind sie nur noch eine Bande blutrünstiger Mutanten. Du willst mir sagen, dass diese... diese Dinger MDE-Soldaten sind? Ja. Hat Ihnen wohl keiner gesagt, dass der Versuch vor ein paar Jahren in die Hose ging. Sie denken, das ist eine Invasion. Woher weißt du das alles? Es gibt hier viel MDE-Schrott. Nicht zuletzt das Projekt... Ja, Projekt Tranquility. Ich weiß alles darüber. Menschen und Botaner leben in perfekter Harmonie. Was für ein Haufen Stacco... Tranquility war keine Kampfoperation. Die Mutanten haben keinen Zugriff auf Waffen, die einen Strato-Träger abschießen könnten. Mit diesem Mysterium stehen sie alleine da. Hör zu! Auch wenn es mich anpisst. Der Schutz deines arroganten Chefs ist wichtig für den Erfolg der Mission. Wenn du mir hilfst, etwas Klarheit in dieses Durcheinander zu bringen, können wir zusammenarbeiten, um ihn zu finden. Also gut. Ich muss mein Rettungsteam sofort in die New Freedom bringen. Pass also auf die Scharfschützen auf. Du gedenkst du hinzugehen, Fräulein. Du wirst mir alles, was du über dieses Sperrgebiet weißt, erzählen. Immerhin wanderst du hier illegal rum. Scheiß, E-Rap! Aber okay. Echt kacke, aber dass wir wirklich ein Schotty-Typ sind. Und ja. Jetzt geht's ja gegen Sniper. Schotty gegen Sniper. Wer gewinnt? Okay. Ja. Ja, so bleibt es hier. Spikes und so weiter haben wir alles noch gar nicht. Tarnung, sind wir jetzt bei eins. Ach ja, und da können wir hier Parks dann so viele auswählen. Ah ja, das nächste mit 50. Okay. Ja, dann schauen wir doch mal, was das hier ist. Was ist das denn? Lockbox. Kaufen. Okay. Also grünes Ding und weißes Ding. Wir haben weiß. Das Grüne ist wahrscheinlich echtes Geld. Automatische Pistole kann ich verkaufen. Auch, Wert null. Also behalten wir sie einfach. Obwohl. Auch mal nicht. Können wir auch gar nicht verkaufen. Wahrscheinlich einfach aus Sicherheitsmaßnahmen, dass man immer eine Waffe hat. K-Codes. Kann ich eh nichts anfangen damit. Was ist das hier? Vorrede. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass man da auch mit anderen handelt. Wie viel Geld habe ich denn, bitte schön? 1.200 oder 200? Ich mache mobil. Hm. Ich habe keine Ahnung, wie viel Geld ich überhaupt habe. Ach, da unten. 669. Naja. Interessiert mich jetzt gerade nicht. Hm. Okay. Dann gehen wir mal in diesen Ort hier. Und schauen einfach mal nach. Was wir hier machen können. Das Rettungsteam kann erst losziehen, wenn du das Tal durchquert und dich um die Ziele auf dem Bergrücken gekümmert hast. Alles klar, Herr Kommissar. Das werden wir machen. Roger, roger. Ah. Ich hoffe mal, dass irgendwann einmal ein richtiges Vorteil für die Schotty-Typen rauskommt. Weil momentan sind sie halt wirklich noch im Nachteil. Ich hoffe, dass sie nicht auf diesen Scheiß-Türmen oben drauf sind, weil sonst erwische ich die einfach nicht. Oh, ne. Puh. Wie komme ich denn jetzt da rauf? Werkt es mich? Da? Nein. Hm. Das ist irgendwie... Ah, ja. Da ist der Weg. Ah. Gibt es einen extra Weg? Ist ja langweilig. Vielleicht können wir mit Pistole ein wenig schneller rennen. Ach so. Einmal Schiff drücken und man rennt und einmal läuft normal. Boah. Ich habe immer gedrückt kalten, ey. Das ist auch genauso wie Duggen. Da muss man nur einmal C drücken. Ich drücke Alt um dich mit einer Rolle. Aha. Okay. Hm. Das ist dämlich, dass man keine Eco-Ansicht haben kann. Verschwunden. Rücke vor! Ja, es ist gerade passiert. Das ist unser Planet! Wuhu. Also ehrlich gesagt, das gefällt mir jetzt hier gerade. Ziel zerstört. Der, 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 der. Die Musik ist geil. Der, 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 der. Aber ich komme hier nicht mehr hoch. Ich bin unsichtbar. Ziel zerstört. Oh, haben wir hier gleich alle nebenbei noch ausgeschalten, was hier in der Nähe war. Geil. Und die letzten Fidu-Sniper noch. Ziel zerstört. Juhu. Aber daneben noch eine Bar. Jetzt schau mal, kann ich hier irgendwo, wenn ich jetzt ein... Oh. What the fuck ist das? Oh Gott. Und ich stehe genau davor gerade. Zum Glück bin ich ein Sniper. Ein Dringling! Verteil dich diese Position! Weiß der, wo ich bin? Ich weiß, hätte ich gesagt gar nicht, ob der weiß, wo... Ich wünsche dir die Wachen davor erledigt. Ohne Witz. Mache ich jetzt aber auch. Ich schleiche mich jetzt an die zwei Typen da hinten ran. Der musste... Erwischt. Ja, geil. Also, müssen wir kurz mal wieder Munition auffrischen. Bäm. Ist das überhaupt Munition? Wo ist nochmal unsere Munition? Ach, wir haben noch genug. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wo gerade meine... Meine Eins... Meine eine Fähigkeit ist. Wo ich die sehen kann. Weil bei den meisten Spielen erkennt man ja immer sofort, wo was ist. Und dann muss man sich auch nichts dahinter fragen. Aber dann erklären sie es im Tutorial ja auch nochmal so genau. Hier, keine Ahnung wo. Und dann... Ja. Dann weiß man es nicht, wo es ist. Oh. Die klären dann auch ziemlich geil. Gibt es hier noch eine geile Waffe? Okay, für den Sniper hier perfekt. Für mich jetzt total ungeil. Ja! Ja, so will ich das. Okay, ich liebe meine Dame. So. Boah. Okay, wir müssen da irgendwie dran. Äh. Natürlich gibt es jetzt nur den offenen Kampf. Sonst gibt es nichts. Sie. Was will denn der Dicke, hä? Kommt er jetzt runter oder... Wo ist er denn? Ich glaube, der weiß, wo ich bin. Mal schauen, was du jetzt davon hältst. Verschwunden. Wir ergeben uns nicht. Ich glaube, der Dicke ist schon geil. Der Knok-Doc. Wo ist er? Me. I kill you. Ich will. Sie. Ach, jetzt kann ich wieder unsichtbar sein, oder was? Ups, was war das? Weg da, weg da! Weg da, weg da! Weg da! Weg da! Weg da! Weg da! Weg da! Ist das gerade Leben, oder was? Ach, das Schutzschild geht gerade weg, oder was? Ich bitte um Kenntnisnahme! Wuhu! Ich hab dich getötet! Das ist unser Planet! Weg da! Weg da! Weg da! Wir wissen gar nicht wie ihr geschätzt Alter, wenn ich jetzt zumindest wüsste, wie ich die verdammte Granaten einsetzen könnte Ich habe auch keine Ahnung, wo mein Leben ist Ich habe auch einen echten Nullplan Sniper Ridge, okay Konfliktgebiet abgeschlossen Abschlüsse 15, Tode 0 Spieler wiederbelebt 0 Naja Achso, das ist Das Rettungsteam ist sicher Es geht jetzt in die New Freedom Du hast wohl Grant davon überzeugt, dass wir Eichenjäger hier nützlich sein können Du kannst einen der Runner nehmen Hol ihn im Hauptquartier auf dem Weg nach unten ab Sonst brauchst du bessere Stiefel und wesentlich mehr Waffen Bessere Stiefel, okay Äh, ja Aber jetzt hat Also das ist, ist das Spiel jetzt sowas wie Borderlands Bloß, dass die sich jetzt halt unterschiedlich sind Weil irgendwie kommt das jetzt so vor wie Borderlands Na gut, aber nur leicht Ganz leicht So Was soll ich jetzt nehmen? Äh, okay Irgendwo da unten abholen Naja Kann man irgendwie mit Nee, kann man nicht Nee, kann man nicht Okay, aber wo? Also oben Nee Da ist nicht die Munition Die ist nur Unten So Was ist da oben? Was sind denn die oben da? Okay, das eine ist wahrscheinlich mein Schutzbalken Und das andere ist mein Energiebalken Oder was? Extraktionspunkt Wir gehen einfach mal zu diesem Punkt da hin Einfach mal schauen Okay, gehe jetzt im Lager E-Rabs zurück Okay, dann gehe ich erstmal da zurück Bevor ich da zum nächsten Gebiet wandere Und dann sehen wir ja So Ja Jetzt haben wir hier das Lager ausgeschalten Und jetzt können wir hier ganz friedlich weiterlaufen Äh, ich würde gerne Auf diesen Geilen Ding hier rauf Auf die geile Straße Ist eine Abkürzung Ja Kann ich auch da drüber springen oder? Ja doch Alter, wie die springen kann Wahnsinn Die Höhe könnte ich nicht springen Wenn ich gerade mal selber so groß bin Woo Perfekt Cool Wir haben jetzt Zugriff auf einen Runner Jeeha Wir kannst ihn benutzen, was immer du willst Um schneller voranzukommen Ein Arzt hat Vorwäsche In der Erfurt Medical Clinic gefunden Geil Geile, 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 geile Karre Okay Äh, absteigen Ah ja, E Oh, mit V wieder weg Ach nee, dann beschwöre ich es einfach wieder Achso Na, ihr wollt nichts von mir Okay Ähm Ich hab ne neue Waffe bekommen L Deadpult Äh, ein Präzisionsgewehr Ah, also brauch ich Nicht nur Die Schoddy Ich kann auch ne Sniper verwenden Okay Dann bin ich jetzt hier verdammt happy Dass ich diesen Schal genommen habe Weil der so verdammt geil aussieht Und danach gibt's auch noch andere Rüstung, oder? Nein, sieht nicht so aus Denk ich nicht Glaube ich nicht Hoffe ich nicht Egal Weiter geht's Äh, hier gibt's anscheinend noch solche Nebenmissionen Laut ein Ausrufezeichen Mal schauen Aber das machen wir dann erst in der nächsten Folge wieder Bis dahin Ade Ciao, meine Leute Ciao